Wir lieben es ja, wenn Promis uns Einblicke in ihr Zuhause geben. Vor allem, wenn sie so ausgiebig sind wie bei der ehemaligen Eiskunstläuferin Tanja Shevtschenko, 43. Bei einem Putz-Marathon durch ihr Eigenheim zeigt uns die Düsseldorfer in direkt mehrere Räume. So bekommen wir einen sehr guten Überblick darüber, wie die Eiskunst, die Krone lebt, und würden am liebsten direkt mit einziehen. Der Platz am Kamin gefällt uns bei diesem schmuddeligen Herbstwetter aktuell besonders. Hättet ihr erwartet, dass es bei Tanja daheim so aussieht? Im Video nehmen wir euch mit ins gemütliche Heim der Eisprinzesse. Wohl der einzige Vorteil von Corona, wir sehen häufiger, wie die Stars wohnen. So zeigte uns unter anderem Moderatorin Michelle Hunziker, 43, während der Quarantäne sehr oft, wie es bei ihr daheim aussieht, und es geht verrückter zu als gedacht. Ein Detail im Zuhause der Blondine ist etwas seltsam, was Klopapier im Hause Hunziker auf dem Bett zu suchen hat, erfahrt ihr im Video. Erhalte sofort alle Neuigkeiten zu deinen Stars, indem du ihnen folgst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017